Ich berechne jetzt den Schnitt zwischen der Geraden y gleich mx plus t und dieser Parabel y gleich a mal x minus xs zum Quadrat plus ys. Eigentlich sehe ich schon, dass die sich wohl nicht schneiden. Also ich rechne rum und möchte am Schluss als Ergebnis, dass nichts funktioniert. Ich habe hier da klein den y-Abschnitt t ist minus 2. Dann suche ich mir ein Steigungsdreieck. Ich habe hier 1, ich habe hier 2. Es ist dann minus 1,5, weil der Fahrradfahrer bergab fährt. Und deswegen ist es negativ. Also ich kenne m gleich minus 1,5, also y gleich minus 1,5 x minus 2. Den Scheitel, der ist bei minus 1, minus 1, also y gleich a ist in dem Fall 1, einmal x plus 1 zum Quadrat minus 1. Und diese beiden Sachen muss ich gleichsetzen. Schneiden heißt gleichsetzen. Gleichsetzen, quadratische Gänzen, schauen was passiert. Passt mir das da rein? Ich versuche es. Ich überspringe hier was. Das ist ein... Ne, ich mache es sauer. Also x plus 1 Quadrat minus 1 gleich minus 0,5 x minus 2. Binom. x Quadrat plus 2x plus 1 minus 1 gleich minus 0,5 x minus 2. Alles auf eine Seite plus 0,5. Also habe ich x Quadrat plus 2,5 x plus 1 minus 1 fällt weg, plus 2 gleich 0. Ich kann hier ratieren. Dann gibt der Platz wieder her. So. Quadratisch ergänzen. 2,5, die Hälfte ist 1,25. Also x plus 2 mal 1,25 mal x plus 1,25 Quadrat minus 1,25 Quadrat plus 2 gleich 0. Der Teil ist ein Binom, Quadrat vergessen. x plus 1,25 Quadrat ist... Und das muss rüber. Minus 2 plus 1,25 Quadrat. Taschenrechner. 1,25 Quadrat. Also der Teil gibt x plus 1,25 Quadrat gleich minus 0,4375. Jetzt die Wurzel und dann kommt Error. Die Wurzel aus einer negativen Zahl geht nicht. Das ist kein Drama. Das heißt einfach nur, es gibt keine Lösung. Ich kann die Gleichung aufstellen. Ich kann zwei Gleichungen aufstellen. Kann sie gleich setzen. Und... Keine Lösung. Daraus folgt kein Schnitt. Und fertig. Und fertig. Vielen Dank.